Aus größerer Entfernung, na gut. Jetzt müssen wir den Knilch platt machen. So, Blaulicht an. Und hier durch. Los Mensch, mach den Weg frei. Weg frei machen, ich block hier nur kleiner Spass. Alter, aber hast du Autofahren gelernt? In der Kirche? Alter. Das kann ja wohl nie wahr sein. Jetzt musst du sterben. Sterben! Hahaha. Aus euch mach ich alles, Kleinwitz. Ihr seid eigentlich kleiner als Kleinwitz. Was ist das jetzt schon wieder? Ach, da kommt einer entgegen. Warte mal, wenn der uns direkt entgegenkommt, können wir den theoretisch abschießen hier. So, jetzt aber. Das Gute ist, wir haben keinen Zeitdruck. Zumindest jetzt im Game nicht. Da hoffe ich jetzt einfach mal. Oh, 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 oh. Achtung, 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 Achtung. Achtung. Das kann ja doch was werden. Ja, was denn? Na, du bist gut. Wo soll ich denn jetzt lang? Oh, das war knapp gewesen So, nächste bitte So, jetzt wieder distanzieren Oh, ja, voll das Rohr hier Nein, ich will hier auf zwei Rädern auf der Seite Ich muss hier langfahren, Alter Was ist da anders? Ja Nein, hier sind da nicht zwei Ich glaube, wir verpasst So, jetzt aber Das war's für ihn Jetzt kommt er zurück Das ist doch mal nett Es ist zu knapp Ich sollte aus größerer Entfernung feuern Aber wir haben ihn zerstört Immerhin geht unser Blaulicht noch Und das ist ja wohl das Wichtigste Los, gib Gas Ach nö, oder? Was ist denn das hier? Das ist zu viel So erreiche ich ihn nicht rechtzeitig Das ist zu knapp Ich sollte aus größerer Entfernung feuern Oh nein Och man, wir hatten ihn doch jetzt Och, Leute Das kann doch wohl nicht wahr sein Gut, jetzt machen wir es noch Na gut, wir haben keine Wahl Wir müssen es weitermachen Aber, na gut Das war wirklich leichtsinnig Och man Wir hatten es doch so schön Ey, ich bin solchen Kamikaze-Missionen echt nicht gewappnet Nicht gewachsen Und jetzt kommt gerade ein Schluck auf Das ist scheiße Also bitte mal Was ist denn das für ein Brepp-System hier? Kein ABS, kein Health-Plus, kein Gornisch Ja, äh, super Aber ich muss hier auch langfahren können, Junge Das reicht nix Das reicht nicht, wenn du beim Ach, egal Ah, das kotzt mich gerade ein bisschen an Aber nur ein bisschen Na los, Mensch, Junge Ich will heute noch Autogaben machen Jetzt Mach doch einfach mal hin Nicht jeder hat so viel Zeit wie du Jetzt Ist für das kein epischer Crash war Ich weiß ja nicht Na komm, jetzt schick mal den nächsten hier vorbei Los, meine Güte Jetzt machst du aber hier auch mal Und das ist ja jetzt wohl nicht dein Ernst Dein Ernst Moment, den doch schießt mir ab So, mach schon mal das Fett Die Hälfte Oh, scheiße, weg hier Ne, solche Typen sind manchmal auch explosiv Ah Jetzt, die sterben So, was ist denn jetzt der nächste Der ist irgendwie 708 Meter entfernt Okay, war So, da kommt uns anscheinend entgegen Ach, da ist er schon Okay, ne Oh, 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 oh Ne, nicht gut Nicht gut Gar nicht gut Äh, Leute Jetzt müssen wir aufpassen Jetzt müssen wir Viech aufpassen Ach, Mann Jetzt geht doch mal aus dem Weg Warum müssen die immer so scheiße rumstehen Ist alles für ein Arsch hier Weil jetzt müssen wir aufpassen Dass wir wirklich den unseren Wagen zerstören Hier, weil wir sind gerade Oh, 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 da kommt was, da kommt was, da kommt was Mann, das ist ja jetzt wohl nicht dein Ernst So, jetzt aber Los, mach ich Okay, okay Hier muss man vorsichtig sein Sehr vorsichtig So, schnell wieder weg So Und jetzt müssen wir aufpassen Jetzt haben wir nur noch einen Spaten Wo ist denn der? Oh, das ist ja wohl nicht dein Ernst Alter, sag mal Wo will der hin zum Äquator? Okay, das heißt Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen Zünder machen hier Na, aus dem Weg Ach, Junge, was ist daran so schwer? Was ist daran so schwer? Du siehst doch Ich habe ja Blaulicht Die Blitzen sogar noch Sowas hasse ich Na gut, machen wir so Ja, wow Ja, super Das finden wir alle ganz toll Man macht die scheiß Brücke runter Oh, der Willi kann uns egal sein Oh Oh Matt Sag mal, will das Spiel nicht, dass wir hier durchkommen, oder was? Gut, ich war wirklich behindert Das muss man zugeben Aber das kann doch nicht sein Scheiße, wir verarscht uns Gerade eben habe ich mich noch gefreut Und jetzt das Da können die Spaten vielleicht noch einfach mal anhalten Wo ist denn der, Alter? Wo ist der Der parkt dort sehr in Ruhe Das kann doch mal nie wahr sein Erste Mission und wir scheitern gleich eine halbe Stunde lang hier, oder was? Erste派 Wo ist er сейчас? Erste Erste Gott hat die Erste ㅋㅋ Gott ist es Und hey Erste könntest du usted Ihr Państwo Gaans Tod Seit bei einmal nicht Were Du ich So, jetzt aber Alter, wenn wir jetzt noch scheitern, dann mach ich das Teil aus, ich schwöre Jetzt fährt er erst weg, Alter, was ist das für Warum verarschen die uns? Warum? Na los, jetzt aber Na siehste, geht doch Läuft doch wunderbar, wo ist das Problem? Siehste, los, 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 los Oh nein, ein Rennen, 5 Kilometer Ne Leute, ach wisst ihr was, ich mach aus, das ist jetzt nichts mehr Ich hab echt keine Nerven mehr dazu, sorry, aber Viermal die Mission wiederholen, das hat mir echt Den Rest gegeben, ne Ach, müde bin ich auch wieder, na super Aber wir haben es bald geschafft, Leute, wir haben es bald geschafft Ja, Mensch Also, da war's das wieder für dieses Let's Play Hat mich wie immer gefreut, mit euch zu zocken Ich hoffe, es war für euch nicht zu langweilig Ihr habt euch wenigstens ein bisschen amüsiert Und, ja, ihr könnt Ja, was könnt ihr Ihr könnt, ihr könnt ja Daumen oben lassen Noch abonnieren, falls ihr weiter und bla 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 Der Rest kennt ihr schon Ja, okay Also, ihr habt riesigen Spaß gemacht Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao